Liebe Philbass-Mitglieder, liebe WIGI-Mitglieder, liebe Lehrkräfte, liebe Interessierte, was hat Freiburg mit der sozialen Marktwirtschaft zu tun? Wer war Walter Eucken und welche Bedeutung hat sein Werk für die Werte und Grundprinzipien unserer heutigen Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung? Welche Erfahrungen und Erkenntnisse haben zur Entstehung der sozialen Marktwirtschaft beigetragen? Und ist dieses Konzept einer freien, menschenwürdigen und funktionsfähigen Wettbewerbsordnung, wie vor deinen Vordenkern entwickelt, heute noch aktuell, anpassungs- und zukunftsfähig? Mit der Ausstellung, in welcher Ordnung wollen wir leben, möchten wir Antworten auf diese Fragen vor allem für Schülerinnen und Schüler anschaulich, multimedial und interaktiv nahebringen, das Konzept der sozialen Marktwirtschaft erläutern und die Bedeutung der Freiburger Schule für deren Entwicklung darstellen. Besuchen Sie vom 5. bis 30. Juni die Ausstellung im Schlauenhaus Oldenburg und melden Sie sich mit Ihrer Schülergruppe zu einer festen Uhrzeit gleich über den Link an. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!